Bei der ZUGE Kantonalbank stehen Ihre Bedürfnisse im Zentrum. Deshalb bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Anlagedienstleistungen. Für selbstständige Anlageentscheidungen ohne Beratung eignet sich unsere e-Invest-Lösung mit umfassendem Online-Banking. Mit einem Mandat können Sie die Portfolioverwaltung aber auch an unsere Experten delegieren. Neben e-Invest und Delegation haben Sie die Möglichkeit, zwischen drei Modellen der persönlichen Anlageberatung zu wählen. Basis, Partner und Expert. Im Fokus steht, wie häufig und wie intensiv Sie von Ihrem Berater kontaktiert werden möchten und Ihr Portfolio überwacht wird. Bei der Anlageberatung Basis unterstützt Sie Ihr persönlicher Berater bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. Einmal im Jahr wird Ihr Portfolio überprüft und Sie erhalten einen Vermögensausweis. Zudem bieten wir Ihnen Publikationen mit Trends zum wirtschaftlichen Umfeld. Mit dem Beratungsangebot Partner profitieren Sie zusätzlich von einer ausführlichen Portfoliobesprechung und individuellen Optimierungsvorschlägen. Vermögensausweise und Risikoberichte erhalten Sie viermal jährlich. Sie bekommen Publikationen zu konkreten Anlagechancen und wir laden Sie zu interessanten Fachveranstaltungen ein. Mit dem Expert-Modell können Sie außerdem einen Investment-Spezialisten der Zugekantonalbank hinzuziehen und erhalten den Vermögens- und Risikobericht monatlich. Ihr Portfolio wird permanent überwacht und Sie bekommen laufend darauf zugeschnittene Anlageideen. Freuen Sie sich auch über Einladungen zu exklusiven Events. Entscheiden Sie sich jetzt für Ihre persönliche Anlagelösung. Basis, Partner oder Expert. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.